Also, du kannst ja mal einen Überweg verschaffen. Du hast das geschehen Zeit. Unbeteiligter Nachbar. Red T-Shirt-Contest. Winner. Ja, Herr Bauer? Kannst du mal das Flutlicht anmachen da drin? Ja, wir haben einen Stromsatz aus wassertechnischen Gründen. Herzlich willkommen im Boiler-Room. Ja. Gescheiter hält's aus. Oder wie? Aus. Kommt da mit. So. Ja. So, wenn's, wenn's noch Stablappen. Ja. Das ist ein bisschen im Kreuz. Hä? Haken hat das aber keine. Hä? Die ganze Sache hat ein Haken. Das ist ein Lösenkreuz. Aber okay, wenn ihr alles selber macht, dann macht's jemand anders. Ähm, was macht ihr eigentlich? Jetzt können wir eigentlich da ganz locker das Wasser drüber ziehen lassen, ne? Ähm. Alter, seine Startklar, Jungs. Wir gehen mal ganz locker. Ohne 50.000 Liter. Wie das? Wie ist jetzt? Der Sahel, nein, die ganze Kack hier. Oh! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ihr habt euch gesagt, das wär ganz gut, wenn ihr das sehen wollt. Oh, my dear. Okay. Hast du mein Dickes? Was? Ha, 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 ha! Ok, also. Weangen die Gabi nach, das Ding? Die ganze Gruppe hier zu stoppen. Weil sonst kommt das ja hier mit so... Ja. Das ist halt voll gestoppt worden. Aber mit der Wüste, die Grünen, da hat man die Trachten ja nicht vor. Aber das haben wir heute schon weit gemacht. Insofern, soll ich selber verschillen werden. Nein, das ist natürlich schon mal schon ein bisschen guter, weil ich noch mal was bekomme, dass das so was machen kann. Markus, bist du... bist du bereit für die nächste? Ja. Ohne her. Ohne her. Du weißt, was ich verwischen kann. Geh mal lieber einen Schritt links. Ja. Stellt sich dann Feigheit vor den Beinen. So. 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 Okay. Ich habe mir jetzt keine kalten Tüschkissen. Ja, aber was das ist, wie so viel ist. Ja, das sieht aus von Bonnacht, also du bist so ein bisschen so cool auf dich. Ja. Aber das heißt, es muss irgendwie, irgendwo da ist, aber es wäre lieber im Letzten auch. Danke, wenn es so gereicht ist. Das heißt, es muss auch zack damit, was das heißt. Du bist ja wohl. Ja, ja. Ich bin mal der Handtuch. Ich bin mal der Handtuch. Scheiße, ne? Ich glaube, dass das... Ich muss den Punkt vermissen. Wenn ich das jetzt wieder drauf schaue, ne? Das ist so eine Scheiße. Das ist dann wieder drauf. Das kriege ich nicht drauf. Ja, ich sehen, kannst du auch eins fassen. Ich schicke dir einen YouTube-Link hier. Das wird eine dunkle Nummer. Glaubst du? Ja. Lass dich überraschen, Armin. Du, dein Software. Es wird auf jeden Fall heller als das Wasser warmes, ja? Ja, solange es jetzt raus muss, wie die Farbe blau. Meinst du meinen Kopf oder mein Gefühl? Nur ein Gefühl. Jetzt warten wir mal, jetzt sollten wir erst einmal wieder zu dem Wasser aufdrehen. Dann werde ich dann noch geben wieder Wasser rein und dann sehen wir, irgendwie muss das Wasser herauskommen. Es muss ja Wasser rauskommen. Und wenn wir jetzt aufdrehen, dann kommt mehr Wasser hier raus. Dann kommt mehr Wasser rein. Dann kommt mehr Wasser rein. Dann kommt mehr Wasser rein.